Hallo zusammen, wir lernen jetzt ein wunderschöner Intermediate-Tanz, Twist and Turn, das ist ein Tanz von Madison Glauer, 64 Kants, zwei Rände mit vier Restarts, die erste und die zweite Wand und die fünfte und sechste Wand haben wir je ein Restart. Wir werden ihn aber nachher genau anschauen. Ich wünsche euch Kants viel Spaß zu dem Tanz.